So, da bin ich wieder und ähm... Upsala. Wir schauen uns hier jetzt mal ein bisschen genauer um. Hier scheint man ja... ...ein bisschen was zum Absuchen zu haben. Heilkräuter bin ich echt voll, dabei hab ich mir noch... ...Heilruck reingehauen. Oh Gott. Hier hätten wir noch irgendwas... ...Holz für Pfeile. Haben wir eben ein bisschen verbraucht. Das ist schön, hier stehen eine ganze Menge Ressourcen rum. Äh... Mandela mit irgendwo anders. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Aha. Stockholmsyndrom oder was? Weiß ich, ich will, ich weiß gar nicht, ob ich da schon drauf... Hm. Das leuchtet, das leuchtet. Aber ich glaube, ich möchte trotzdem erstmal nochmal hier schnell eine Runde drehen. Da haben wir auch noch Holz. Wozu brauche ich, was könnte ich hier vielleicht anstecken? Weil da so eine, ähm... So eine Lampe ist. Haben wir hier irgendwas zum Anstecken? Ach, den Typen da oben, den habe ich auch vergessen. Aber so kommt man da nicht hoch, ne? Nee. Aber hier... Hm. Ja, gut. Ist wohl das Einzige, was wir machen, den Knopf drücken. Äh, was wir machen können, den Knopf drücken. Und da geht das Tor auf. Aber was soll das hier... Warum kann ich auf das Ding schießen? Oder ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass man's kann? Und da geht das Ding. Ey, muss ich hier wirklich überall nochmal lang hinterher? Das wird eine Absucherei. Warum kannst du das da eigentlich greifen? Was macht er da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Mhm. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Na klar. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erst mal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Jetzt ist wohl klar, dass sie, äh, äh, ausgebrochen sind. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Okay. Ich... Ich habe irgendeinen... Oh. Irgendein Dokument freigeschaltet, kann man auch sich angucken, aber das sind wahrscheinlich... Ist es wahrscheinlich genau dasselbe, was wir gerade gesehen haben. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich bin drauf. Dokumente und Wandgemälde. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen. Um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Hm. Ja, bei ihr bin ich mir einfach noch nicht sicher, ob das in irgendeiner Weise nicht... Ja, ob sie nicht zwiegespalten ist da. Aber wenn sie Konstantins, äh, äh, also, ähm, jetzt Gesellschaft als, äh, nicht unterirdisch empfindet, dann mache ich mir auch Gedanken um sie. Also, dann ist sie dann auch ein bisschen irre. Weil der Typ ist komplett irre. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Hm. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ähm. Ah. Okay, ich, äh... Ja, kannst du damit auch aufhören, Lara? So, probieren wir das mal so. Vielleicht kettet der das hier an. Jo, macht's sogar. So. So, es gibt auch nicht nach. Also, ich denke, ich kann jetzt sehr beruhig da durchgehen. Ja, so kriegt man ein Wehr. Ja, so kriegt man ein Wehr. Könnte ich nicht auch das Kampfgewehr von, äh, das Kampfmesser von dem Typen nehmen? Ich meine... Nö. War da nicht noch einer? Ja. Oh, oh, oh. Oh, sch... Oh, sch... Oh, 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 oh. Das ist nur Muni. Ich hätte auch auf die Truhe da schießen können, äh, Tonne. Machen Sie aus Handobjekten flaschenlos der tödliche Wurfgeschoss und mittlere Maustaste. Mh, nützlich. Ach, den da hinten habe ich, konnte ich ja gar nicht looten. Den kann man auch nicht looten, den kann man auch nicht looten, das kann ich auch nicht looten, das kann ich looten. Oh, shit. Das ist keiner. Oh, shit. Ah, ich hatte die Kaktose noch in der Hand. Ich habe das gar nicht mitbekommen. So ein Scheiß. Machen wir das einfach so. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Ach, diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ja, sehr gerecht. Absolut. Absolut. Kann ich nur bestätigen. Der Typ ist die Gerechtigkeit in Person. Haben wir auch vergessen. Klasse. 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 Naja, wir haben auf jeden Fall erstmal ein Basislager. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Hm, vielleicht. Auf jeden Fall. Doppelschuss, Volltreffer, Bonus-EP, Kopftreffer, lautlose Kills, Tod von oben, Naturforscher, Überlegenskünstler. Hm. Ich denke auch da neige ich dann doch eher zu der XP. Verdienen also Bonus-XP oder EP ist glaube ich gar nicht falsch. So kriegt man mehr Fähigkeiten. Und je früher diese Fähigkeiten desto besser. So. Gucken wir uns mal unser Inventar an. Ausrüstung. Da stellen wir uns natürlich den großen Rucksack her. Das soll mir erstmal reichen. Jetzt schauen wir nochmal bei Kleidung. Ich würde gerne irgendwas Winterlicheres anziehen als das, was ich jetzt gerade habe. Nachtschatten. Ja, sieht hübsch, hübsch aus, aber ist nicht geeignet für diese, ähm... Ich finde, das ist immer noch, äh, das beste Outfit, was wir uns jetzt hier groß besorgen können. So. Damit... Gibt's gleich wieder Holz. Aber ich hab dir doch ne Winterjacke angezogen. Warum frührst du denn immer noch? Na gut, es ist kalt. Naja, durch tiefen Schnee will ich nicht wieder durch. Da geht's schätzungsweise nicht weiter. Ja. Oh, also. Ach, scheiße. Lochisch! Jetzt kommt das hier. Komm jetzt, bring' das zu Ende. Mit Weckung! Wir sind in der Bar ganze! Wir haben noch Volk extra! Was ist das? Wir geben den Feierschutz! Komm schon! Wer schießt denn hier? Wer schießt denn hier? Oh, was bist du? Feind gesichtet! Sie ist allein! Ausschwärmen und Beeilung! Vor allem gepanzert! Gebt mir Feierschutz! Ich gebe dir Leckung! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Ah, ich habe mir ja eine Ressourcentasche gemacht! Jetzt kann ich natürlich mehr mitnehmen! Das hätte man auch einstürzen lassen können, glaube ich! Ich habe auch nur noch drei Pfeile! Da sollte ich vielleicht ein paar herstellen! Hm! Da hätte ich mal vorher dran denken sollen! Deswegen hätte das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher gemacht! Kann ich da gar nicht hoch? Das sieht so aus, als ob man da hoch könnte! Kann man aber anscheinend nicht! Hm! 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 Sind wir jetzt endlich draußen? Was ist hier passiert? Ich würde sagen, hier sind Leute gestorben, Lara! Anscheinend nicht! Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof! Sind Sie da? Anscheinend nicht! Oh! Oh! Der ist so durch! Der ist so kaputt! Und hier... War das mein Kumpel, der hier... Der ist so lang abzeichen eines Militärordens! Trinity! Na dann! Oh! Noch ein sowjetisches Schild! Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen! Hm! Etwas makaber! Was? Was? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren! Keine Chance! Danke, dass sie mich da rausgeholt haben! Danke, dass sie mich da rausgeholt haben! Gehen wir! Da drüben kommt der raus! Ich fühle mich! Oh, nice! Oh, nice! Ja! Tschüss! Wir haben sie! Sie sind aus der Schiene! Lass sie nicht entkommen! Okay. Ich muss schwimmen, Lara. Schwimmen, Lara. Ja, das ist kalt. Run, Paris, run! Nein! Au, au, aaah. Ja. Ja. Das wollte ich sogar auch sagen. Wow. Wuhu. Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Ja. 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 Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Ja, verdammt, wo ist er? Den suchen wir nächste Folge, heute nicht mehr. War auch eine ganze Menge, die wir jetzt hier an Story in irgendeiner Weise bekommen haben. Das wird immer spannender und ich denke, dass dieser Typ zu diesen Byzantinern oder den Nachfahren der Byzantiner gehört. Beziehungsweise sogar vielleicht die Byzantiner sind, weil Quelle des ewigen Lebens und so, wer weiß. Gut, das war es von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Adios.